Gerhard Olszewski Jetzt Garski Polen ist ein deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher. Leben und Werk In Ostpreußen geboren kam Olszewski nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst nach Dithmarschen und 1953 in die Hansestadt Lübeck. Gerhard Olszewski debütierte am Hamburger Sankt Pauli Theater. Im Fernsehen feierte er 1966 mit Das Nachtjackenviertel oder 1972 mit Dieter Wedels Einmal im Leben Geschichte eines Eigenheims Erste Erfolge. Es folgten neben dem Engagement am Theater weitere Fernsehproduktionen wie Otto Karunzes Drama Verlorenes Leben, für das er 1976 den Bundesfilmpreis und bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin einen silbernen Bären in der Kategorie Beste Darsteller erhielt. Olszewski wurde beim Siedges Festival International des Cinemas de Catalunya 1979 als bester Darsteller für seine schauspielerische Leistung in Otto Karunzes Kriminalfilm der Mörder nach dem Roman von Georges Simenon ausgezeichnet. 1983 wurde Gerhard Olszewski für seine Darstellung des Schrot in Tancredors Zeisenhans wiederum als bester Darsteller mit dem deutschen Filmpreis geehrt. Olszewski ist seit 1969 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Darüber hinaus wurde der Schauspieler bekannt mit Serienrollen wie der des Kräuter Dr. Synerg Hinauxen in der ZDF-Vorabendserie Der Landarzt, des Pfarrers Martin Bramstedt in der ARD-Serie Happy Birthday an der Seite von Witterpool oder der des Oscar Peters in der ZDF-Reihe Hallo Robby. Filmografie, 1972, Einmal im Leben, Geschichte eines Eigenheims, 1976, Verlorenes Leben, 1976, Ein Herz und eine Seele, Telefon, 1977, Eierdiebe, 1977, Halbe Halbe, 1978, Der Mörder, 1983, Eisenhans, 1983, Kanacker Braut, 1984, Tatort, Zweierlei Blut, 1984, König Drosselbart, 1984, Der Sprinter, 1985, Novembermond, 1985, Der Kampfschwimmer, 1986, Der Alte, Die Angst des Apothekers, 1986, Ein Fall für zwei, Fahrsolztraum, 1987, Tatort, Vollaufhass, 1987 zu 2013, Der Landarzt, 1988, 1997, Liebling Kreuzberg, 1989, 1989, Mit Leib und Seele, 1989, Tatort, Blutspur, 1989, Tatort, Katja Schweigen, 1990, Der Fahnder Ottos Albtraum, 1990, Tatort, Medizinmänner, 1991, 1991, Unser Lehrer Dr. Specht, 1992 zu 1996, Immer wieder Sonntag, 1994, Hass im Kopf, 1994, Das Traumschiff Dubai, 1997, Die Oma ist tot, 1999, Klemperer, ein Leben in Deutschland, 2000, Polizeiruf 110, Ihr größter Fall, 2002 zu 2009, Hallo Robi, 2003 zu 2004, Die Pfefferkörner, 2004, 2011, Großstadtrevier, 2006, Schröders wunderbare Welt, 2011, Querschläger, Sushi zum Frühstück, 2015, Rotolatukje, Hörspiele, Elisabeth Herrmann, Versunkene Gräber, Regie, Sven Stricker, Radio Tatort, NDR 2011